Was hinter der Bezeichnung steckt, naja, das ist eine neue Einrichtung, die untersteht dem US-Militär in Deutschland, also dem Eukom. Sie übernimmt aber polizeiliche Aufgaben, auch innerhalb Deutschlands. Und die Bundesregierung ist, der Bundestag auch, damit erst im November 2012 informiert worden. Und da habe ich eine kleine Anfrage gemacht, zusammen mit Paul Schäfer, was eigentlich dahinter steckt. Und dieses Joint Interagency Counter-Trafficking Center arbeitet schon länger, seit 2011. Aber wie gesagt, es gab erst im November 2012 eine offizielle Bestätigung des Vorgangs gegenüber der Bundesregierung. Das heißt, die US-Regierung finanziert diese Stelle auch. Weiß man denn, wer dort beschäftigt sein wird? Also es sind wohl 40 Mitarbeiter beschäftigt, die letztlich dem Verteidigungsministerium unterstehen. Die offizielle Aufgabenbegründung heißt ja, dass es hier um Drogen, Waffen, Menschenhandel sowie Terrorismus geht. Genau, genau. Eigentlich sind es ja Sachen, wo man sagt, es ist ja super, dass hier was dagegen gemacht wird. Vor allem im Hinblick, dass terroristische Gruppen ja auch durch Drogenhandel sehr viel Geld verdienen. Trotzdem sind Sie mit dieser Einrichtung nicht ganz zufrieden. Was genau stört Sie denn daran? Naja, ich meine, wenn solche polizeilichen Aufgaben halt wahrgenommen werden, dann muss das natürlich auch rechtsstaatlich vor sich gehen. Und die ganze Art und Weise, wie das eingerichtet wurde und man muss auch leider sagen, das Desinteresse, das aus der Antwort der Bundesregierung hervorgeht, an dieser Einrichtung, die finde ich schon etwas alarmierend. Also die Öffentlichkeit muss über das genaue Wirken solcher staatlicher Strukturen schon informiert sein. Ich meine, natürlich Terrorismusbekämpfung, Drogenhandel ist sinnvoll, aber es muss halt auch demokratisch zugehen. Hat denn die Bundesregierung Auskunft gegeben, auf welchen rechtlichen Grundlagen die Einrichtung steht? Nicht wirklich. Also sie sagt halt zum Beispiel hier in der Antwort Frage 5, wo ich frage, auf Grundlage welcher Vereinbarung und Verträge mit der Bundesrepublik Deutschland das GICTC errichtet und betrieben wird, antwortet sie, die US-Regierung ist der Auffassung, dass die Mitarbeiter als ziviles Gefolge im Sinne des NATO-Truppenstatuts einzuordnen sind, was aus Sicht der Bundesregierung unter bestimmten Voraussetzungen möglich ist. Die US-Regierung wird hierzu um weitere ausführliche Informationen gebeten, soweit die Antwort der Bundesregierung. Das heißt, dass die Bundesregierung selbst völlig unsicher ist, auf welcher rechtlichen Grundlage das stattfindet. Und da werde ich dann sicher auch nochmal nachfragen. Dieser Ausdruck ziviles Gefolge scheint ja sozusagen der US-Regierung einige Vorteile zu bieten. Können Sie uns nochmal sagen, was genau ist denn ein ziviles Gefolge und welche Vorteile ergeben sich daraus? Ja, der Vorteil ist vielleicht, das geht ja auch aus einer anderen Antwort der Bundesregierung hervor, dass die USA zwischen polizeilichen und militärischen Aufgaben nicht so trennt, wie das in Deutschland der Fall ist. Und dass es sozusagen da einen fließenden Übergang gibt zwischen polizeilichen und militärischen Strukturen. Und das wird von Seiten der US-Regierung als vorteilhaft angesehen. Ich glaube, Bundesregierung fallen ja auch ausländische Streitkräfte nicht unter den Streitkräftebegriff des Grundgesetzes. Und die Anfrage wurde ja dann auch beantwortet, deswegen ergeben sich aus dieser Verfassungsnorm keine Einschränkungen für eine polizeilich-militärische Zusammenarbeit. Also kann es sein, dass zwar das Grundgesetz unsere militärpolizeiliche Aufgaben verbietet, aber dass ausländische Streitkräfte diese durchaus ausführen können? Naja, das muss man leider so interpretieren, diese Antwort, und das fände ich dann schon sehr problematisch. Aber es gibt ja bereits auch einige Zusammenarbeit zwischen deutschen Behörden und zum Beispiel dem Ministerium für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten. Ja. Es gibt ja auch die Zusammenarbeit zum Beispiel der Behörde für Grenz- und Zollkontrollen, die ja auch zur Strafverfolgung und Gefahrenabwehr in der Bundesrepublik Deutschland tätig ist. Auf welchen rechtlichen Grundlagen findet dann diese Zusammenarbeit statt? Ich vermute, dass das ähnlich begründet wird. Also ich weiß auch nicht genau, auf welchen rechtlichen Grundlagen das stattfindet. Also das ist sozusagen das große Problem, dass es so schwammig gehalten wird, dass man gar nicht richtig sagen kann, was sozusagen jetzt hier rechtens ist oder ob es nicht rechtens ist. Man hat ja auch einige unschöne Fälle der Arbeit amerikanischer Behörden auf deutschem Boden. Wir erinnern uns ja an die Entführung von Khaled El Masri oder dem ägyptischen Imam, der über den Militärflughafen Ramstein nach Kairo ausgeflogen wurde und dort gefoltert worden ist, zumindest nach eigenen Angaben. Finden Sie das vor allem auf diesen Hinblick hin problematisch, dass die US-Behörden hier tätig sind? Ja, ich finde, das sollte auf jeden Fall entsprechend vom Bundestag kontrolliert werden. Es sollte öffentlich gemacht werden und natürlich solche Vorgänge, wenn sie stimmen da, wie mit El Masri, sind demokratisch, rechtsstaatlich nicht tolerabel. Zumindest war ja Khaled El Masri auch deutscher Staatsangehöriger. Da muss man sich natürlich fragen, ob die deutsche Regierung ihre Bürger sozusagen nicht mehr gut schützen kann, wenn hier sozusagen eine ausländische... Und gerade deshalb finde ich auch diese lapidare Beantwortung dieser kleinen Anfrage, hierzu liegen uns keine Informationen vor bei vielen Fragen oder ganz, ganz allgemeine Antworten, finde ich schon etwas erschütternd. Werden Sie die Sache in Zukunft weiterhin verfolgen? Ich werde das weiter verfolgen. Also gerade die Bundesregierung kündigt ja an, dass sie nochmal ausführliche Informationen bei der US-Regierung einholen will. Und da werde ich natürlich nachfragen, wie diese Informationen aussehen. Und da werde ich natürlich nachfragen, wie diese Informationen aussehen.